Ich bin Maximilian Schulze aus Cottbus, aus dem Distum Görlitz. Ich bin Projektreferent für die 72-Stunden-Aktion, die Vater-Mai-Stadt. Da sind Kinder und Jugendliche im Einsatz und sind in Projekten tätig und machen die Welt, die Allgemeinheit ein kleines bisschen schöner und geben dem Glauben Hand und Fuß. Im besten Fall kommen nachhaltige Beziehungen zustande, dass weitere Projekte folgen können.